Yo, ihr Lieben, du, schau, bau und du bist hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Skywars und zwar mit dem lieben Meistergamer Ja und wir spielen, wir spielen heute mit dem Creeper-Kid Start mit erstmal einer Brustplatte, Blast Protection Mit 8 wundervollen Creeper-Käuren, 16 TNT, Redstone Torch, 8 Stone pressure points Leute, wir machen heute die MLG Creeper-Change Und ja, Leute, ihr werdet euch sagen, nein, der MLG auf Gommel, das ist eine Sache der Unmöglichkeit, doch der Creeper, der macht's uns möglich Nein, nein, Meistergamer! Oh mein Gott, Alter, ich bin so eine Legende Oh Gott, Alter, ich bin der beste Blöckchen-Spielspieler Da geht mir direkt eine Abdo, das sage ich dir Wow, und nein, also das lief jetzt nicht so toll Wow, also, wow, also, ganz schwieriges Also, Real-Best, ich will nicht sagen, dass bei mir gerade einer auf der Base mich... Ich bin jetzt... Ich bin gerade gestorben, Alter, was war das denn? Bruder, hier schau einmal Gucci-Hose Gucci-Hose Und dann hier die E9 Nike Air Und hier hoppen wir eine Chitin-Hose Stop! LOL, da ist einer! Ich stopp in die Abdo, ich stopp in die Abdo Yo, also, wenn wir... Können wir jetzt mal kommen, ne? Yo! Und jetzt... Oh! Hat das Antichir gerade eigentlich... Ja! Fuck, fuck, welchen Block? Wo bist du? Da unten! Nein! Nein, ich wurde einfach umgebracht! Ich probier's mal so... Ah nein, Rimmis, geh weg! Nein! 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 Flo, hallo? Hallo? Ich habe Angst! Du hast Angst! Ja! Flo, du bist gerade in der Aufnahme, weißt du das? Wuh! Alter! Ich hab's doch ganz knapp geschafft, John Cena! Hitte! John Cena! Brr! Hä? Ich geh immer ganz kurz drücken hier! Oh! Ja, das meint ich... Boah, ich würde mich halt echt mit einer Enderperle schon fast rüberschmeißen, wenn ich ehrlich bin, da dicht... Oh, ja, Javi. Nice. Ich hab's geschafft! Wuh! Alter! Alter! Jürgenke! Hast du geschafft? Yo, yo! Alter, ich bin Pro... Fuck! Scheiße! Nein! Was? Oha! Wuh! Alter! Wuh! Fuck, ich bin gestorben! Wir wurden zurückgebrochen. Nein, äh, hab ich Copwebs? Nein! Ich würde hier einen richtig ekligen Tod sterben. Ich hab kein Wasser, einmal... Das hat ein richtiger Nook, ne? Der hat Wasser gesetzt! Rimmis! Hab ich ihn? Nein! Wir müssen echt... Eine Runde muss in dieser Aufnahme gewonnen werden. Was ist das denn hier? Boah, wenn wir zu ihm hochkommen, dann wäre das optimal. Ich würde grad... Okay. Ah! Ich hab' geschaffen. Lol. Okay, warte, halt, ich geh nur noch in die Bonziner. Sieh! Ich hab' den Pro! Alter, bin ich im Pro! Ach, im Pro! Hahaha! Hahaha! LOL! Da ist einer! Ich setz' auf die TNT, wie ich... Das ist wohl dir, Junge. Hahaha! Scheiße! Oh mein Gott, Digga! Kommt der Armada von Creepern! Kommt, meine Schaden! LOL! Ah, ich bin tot! Hahaha! Junge! Fuck, 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 fuck! Schnell! Ja! Stimmt, ja? Nö! Wir haben diesmal unter uns eine Map, also hier. Okay, das heißt, wir werden auf jeden Fall nicht sterben. Ja! Wow! Alter, ich hab's auf die Zwischeninsel geschafft, ich komm' mit der Enderperle rüber. Okay, okay, okay. Ganz schwierige Situation, ich glaub'... Da kommt direkt einer auf! Oh! 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 Digga! Der hält! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Ah! Huuuuh! 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 Und ich hab noch 16 Eier, sag's mal, für den Fall der Fälle! dass hier gerade eine Eierflattern hat, weil wir uns mit TNT rüberbauen. Muss ehrlich sein. Ey, ich hatte gerade übel Schiss. Der Typ kommt da. Lass lieber zurück in die Mitte. Kommt der jetzt in die Mitte oder wohin geht der? Der kommt gerade in die Mitte, ja. Der kommt gerade in die Mitte. Das ist so ein Typ, der muss von Baum zu Baum machen. Okay. Drauf! Drauf! Ja! Nein! Ich freue mich! Nach 1 Stunde und 8 Minuten haben wir es geschafft. Junge! Ich würde aber sagen, das soll es für ein Video gewesen sein. Schau dir mal an, wie euch das steht, Digga. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es uns mit deiner Bewertung. Hier findet ihr die anderen Videos, da könnt ihr meistens immer abonnieren. Dann würde ich mal sagen, haut rein, macht's gut und tschau!